Nun haben sich die Programmierer bei Ableton schon was dabei gedacht, dass sie eben diese ganzen Presets hier zur Verfügung stellen. Meine Meinung und meine Erfahrung ist auch, dass es sich wirklich lohnt als Einsteiger in dieses Thema Effekte, sich da mal komplett durchzuhören. Also nicht nur durch die Hauptkategorien von Effekten, sondern auch jeweils immer durch die verschiedenen Presets und Grundeinstellungen. Denn dann lernt man dabei gleich unglaublich viel darüber, wie man so einen Effekt einsetzen kann und entdeckt dabei eben Einsatzgebiete, mit denen man gar nicht gerechnet hätte. So ging mir das zum Beispiel mit dem Ping-Pong-Delay. Okay, Delay heißt nichts anderes als Echo und Ping-Pong bedeutet immer, dass dieses Echo von links nach rechts wandert. Wenn ich also diesen Ping-Pong-Effekt hier auf meine Hi-Hat-Spur ziehe, dann habe ich ein Klangergebnis, was in gewisser Weise zu erwarten war. Dann habe ich aber mir nochmal die verschiedenen Presets angehört und landete am Ende bei diesem Preset-Robot. Das ziehe ich jetzt einfach mal hier drüber und das klingt dann so. Und da war ich überrascht, denn ich erwartete eigentlich ein von links nach rechts wanderndes Echo zu hören und hätte nicht gedacht, dass man mit so einem Robot-Effekt damit den kompletten Sound einfach meiner Hi-Hat umändern kann. Insofern habe ich dabei was gelernt und konnte dann auch folgendes machen, dass ich mir einfach nochmal einen Ping-Pong-Delay mit der Funktion, die ich erwartet habe, daneben ziehe. Das also meine Erwartungshaltung und hier links dann eben der Effekt, so wie er war, unerwartet. Und dann kann ich mir eben genau anschauen, wo ist denn da der Unterschied, warum ist denn hier etwas so eingestellt und hier so und dann probiere ich das einfach mal aus. Was passiert denn, wenn ich hier umstelle? Ah, Time, Sync, alles klar, hier ändert sich was. Und darüber habe ich persönlich jetzt relativ viel gelernt und kann eben auch nur empfehlen, dass man sich da mal wirklich durchhört durch die ganze Liste von Presets. Das Ändern und Austauschen von Presets, hat man gerade schon gesehen, kann ich auf zwei Arten erledigen. Wenn ich jetzt ein anderes Preset für das Ping-Pong-Delay laden möchte, dann kann ich das einfach mal drüber ziehen, also linke Maustaste gedrückt halten und im Bereich dieses existierenden Ping-Pong-Delays wieder loslassen. Dann habe ich jetzt also das nächste Preset geladen und das nächste und das nächste und das nächste. Und wenn ich das einfach jetzt mal wirklich mit dem Anspruch mache, ich will mich hier mal durchklicken, dann lege ich einfach relativ viel Weg zurück mit meiner Maus. Dafür gibt es dann einen anderen Modus und das nennt sich Hot Swap. Das kann ich auf zwei Arten erreichen. Einmal über diese Pfeil-Symbole hier. Wenn ich da draufklicke, dann sieht man schon, hoppla, hier ändert sich etwas. Swapping Audio-Effekt. Mhm. Ich scrolle mal runter und ziehe mir diese Spalte mal etwas breiter. So, jetzt kann ich nämlich folgendes machen. Ich kann einfach direkt hier doppelklicken und dann ändert sich das jeweilige Preset. Und das eben ohne, dass ich jetzt irgendwie mit der Maus mich noch großartig bewegen müsste. Im Übrigen geht das dann auch über die Pfeiltasten, kann ich nach oben und unten navigieren und dann mit Enter einfach das nächste Preset laden. Wenn ich dann ein Preset gefunden habe, mit dem ich mich erstmal weiter beschäftigen möchte, dann verlasse ich diesen Austauschmodus, der durch diese orangefarbene Beschriftung hier oben auch dargestellt wird, durch einen Klick auf entweder dieses X hier oben oder das X hier am Effekt. Und jetzt bin ich wieder draußen aus diesem Hot Swap-Modus. Ich kann diesen Hot Swap-Modus auch noch anders erreichen, nämlich ganz einfach über das Drücken der Taste Q. Also, wenn ich das mache, dann gehe ich in diesen Modus, tausche wieder die Presets aus, drücke wieder Q, dann verlasse ich den Modus. So, wenn jetzt also mein Tipp lautet, Leute, hört euch die ganzen Presets an, dann ist meine Erfahrung, dass einem das natürlich auch erschlagen kann und dass einem natürlich auch Folgendes passieren kann. Man hört sich innerhalb von zwei, drei Stunden dann mal durch die ganzen Presets durch und denkt sich nach zwei Stunden, ah, da war doch vor anderthalb Stunden dieser eine tolle Effekt. Welcher war das doch gleich? Und dann findet man den leider nicht mehr wieder. Deswegen an dieser Stelle schon mal mein Tipp. Wenn man jetzt einen bestimmten Effekt hat, den man interessant findet und den man auch wiederfinden möchte, dann sollte man den umbenennen. Und das geht folgendermaßen. Ich klicke bei einem Effekt hier oben in die Titelzeile, drücke dann jetzt mal STRG-R, Apfel-R für Mac-User, und benenne den dann in einer Art und Weise, dass ich mich später daran erinnern kann, ah, das war der und der Effekt. Also zum Beispiel, wenn ein Effekt jetzt zum Beispiel so klingt, als würde er das Original-Audio-Signal zerkrümeln, dann nenne ich den einfach den Zerkrümler und drücke die Speichertaste. Das ist dieses kleine Disketten-Symbol, was bei jedem Audio-Effekt oben rechts in der Ecke sitzt. Und ja, bestätige das mit Enter. Beschriftet habe ich das ja schon. Jetzt könnte ich die Beschriftung noch ändern. Jetzt sieht man schon auch wieder, wo das landet, nämlich unter Places in der User Library. Und dort, das war ja gerade ein Ping-Pong-Effekt, finde ich dann so einen Effekt wieder. Unter Ping-Pong-Delay sehe ich dann nicht mehr die Ableton-Presets, die befinden sich weiter hier oben bei den Standard-Audio-Effekts, Presets, so nenne ich das jetzt mal. Das hier sind dann eben meine eigenen und so kann ich dann eben einzelne Effekte auch wiederfinden. Denn nichts wäre ärgerlicher, dass man dann beim Durchhören der verschiedenen Presets irgendetwas entdeckt und später nicht wiederfindet. ist, dann machen wir alle Ansgarter, bitte, 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 bitte. Dann kommt das hier aufgewertetigt. Also, wir sehen uns so ein bisschen über die Idee von Alrighty-Them-Them-Them-Them-Them-Them-Them-Them-Them-Them-Them-Them-Them-Them-Them. Vielen Dank.